Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-der-Weisheit-Letzter-Schluss. Ja, dieses Mal ist es so eine Endanwender-Folge. Es geht nämlich um Firefox, wie man den richtig einrichtet, wobei das richtig natürlich immer im Auge des Betrachters liegt. Also das ist richtig aus meiner Sicht, für euch kann es natürlich komplett falsch sein. Wenn ihr wissen wollt, was ich unter richtig einrichten vom Firefox verstehe, dann guckt dieses Video. Jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Distribution neu installiere oder irgendwie so einen grundeingerichteten Firefox vor der Nase habe, dann mache ich ungefähr immer so dieselben Einrichtungsschritte. Und da zeige ich euch heute mal, was ich da so mache. Ihr könnt das komplett anders machen, natürlich je nachdem, wie ihr es haben wollt. Oder nehmt einen Teil von dem, was ich da vorsetze oder ja, lasst es einfach. Also das Erste, was ich normalerweise mache, ist den Download-Ordner so setzen, sodass ja nicht standardmäßig alles unter Download abgespeichert wird. Also ich möchte gerne gefragt werden, wo was landen soll. Je nach Dateiart ist das unterschiedlich. Also wenn ich jetzt ISO runterlade, habe ich ein Verzeichnis für ISOs. Oder was weiß ich, was ich runterlade. Also es kommt immer darauf an. Ich möchte das jedes Mal selbst entscheiden, wo was hingehört und nicht erst nachträglich das sortieren müssen. Dann ändere ich standardmäßig auch immer die Suchmaschine. Google ist normalerweise voreingestellt. Ja, meine ich es immer noch bei jeder Distribution so. Dann nehme ich gerne was anderes. Dann hätte ich auch gerne noch die Menüleiste. Immer sichtbar. Nicht, dass das Ding ausgeblendet wird. Und genauso mache ich das auch bei dieser Seite, die auftaucht. Wenn ich einen neuen Tab aufmache oder ein neues Fenster, da ist erstmal so viel Quatsch drin. Das finde ich ist einfach bloß Reizüberflutung. Das will ich nicht sehen. Ich will eine leere Seite ohne Werbung, ohne den ganzen Quark. Dann genauso auch mit der Startseite. Die räume ich auch noch ein bisschen auf. Und das ist erstmal so das Erste, was ich so als Basiseinstellung immer mache. Gucken wir uns das Ganze jetzt auch nochmal an. Ich habe in meiner Präsentationsvirtuellen Maschine einen neuen Benutzer angelegt. Und wenn ich jetzt Firefox starte, ich kann jetzt hier verschiedene Dinge einstellen. Also praktisch ist es natürlich hier zu Deutsch wechseln. Das hätte ich schon mal ganz gerne. Dann von einem anderen Browser was importieren. Das möchte ich nicht. Dann als nächstes hin und her wechseln zwischen Laptop und Telefon. Das möchte ich auch nicht. Und ich möchte eigentlich auch keine Beta-Sachen bei mir drauf haben oder irgendwelche Tests. Okay, dann mache ich hier Lossurfen und das ist das, was ich als Reizüberflutung nehme. Das ist irgendwie, das nervt einfach bloß. Ich will nicht von denen beglückt werden mit irgendwelcher Werbung oder was ich mir anzugucken habe. Das wähle ich doch gerne selbst aus. Aber fangen wir erst mal oben an. Ich möchte hier die Einstellung vornehmen. Und da kann ich jetzt hier Dovn eingeben. Download Ordner. Da welchen ich haben möchte. Standardmäßig ist es auf Downloads. Ich kann natürlich auch was anderes nehmen, wenn ich so ein Sortierverzeichnis haben möchte. Aber eigentlich möchte ich wirklich jedes Mal gefragt werden. Wo wir schon gerade dabei sind. Diese Firefox Startseite. Ich möchte da eigentlich gar nichts drauf haben. Ich möchte auch kein Pocket. Nicht, dass mir jemand anders was empfiehlt oder so. Das will ich nicht. Genauso wie hier gespeicherte Website. Nein. Weg damit. Dann möchte ich noch die Suchmaschine ändern. Da habe ich hier, wo steht denn das? Suchleiste. Das kommt auch gleich noch. Also Standardsuchmaschine ist Google. Finde ich jetzt keine gute Wahl. Datenkrake, Stichwort. Von daher nehme ich da den DuckDuckGo. Das ist voreingestellt. Oder ich kann auch Ikosier nehmen. Für so und so viel suchen wird dann Baum gepflanzt. Keine Ahnung. Klingt erstmal nett. Ob sie es wirklich halten, weiß ich nicht. Also von daher bleibe ich bei der Ente. Dann möchte ich noch die Menüleiste ständig anzeigen. Dafür drücke ich die Alt-Taste. Dann habe ich die hier. Und dann gehe ich auf Ansicht, Symbolleisten und Menüleiste. Dann habe ich die hier oben immer schön drin. Und muss dann nicht über dieses Ding da oder sowas. Dann habe ich da schon mal alles da. Dann möchte ich jetzt noch einstellen, was passiert, wenn ich hier einen neuen Tab aufmache. Da habe ich jetzt das hier. Das ist schon mal entmüllt. Aber ich kann das auch nochmal anders machen. Dass ich hier sage, neue Fenster und Tabs, was da passieren soll. Die Firefox Startseite, die habe ich ja schon mal von Werbeballast und Krempel befreit. Aber ich kann hier einfach auch sagen, leere Seite und leere Seite. Und dann ist das komplett hier frei. Also da ist auch nicht mehr dieses Zahnrad drin. Das ist einfach bloß eine weiße Seite. Ja, das wären jetzt erst mal so diese Basiseinstellungen, die ich immer mache. Dann optische Änderungen. Da kommt es drauf an. Also einige Sachen sind einfach irgendwie praktisch. Also Usability, das kommt immer drauf an, was man da sieht. Aber viele von den Änderungen, die es in letzter Zeit gegeben hat, finde ich einfach bloß kontraproduktiv. Das muss so nicht sein. Also ich entferne erst mal das Firefox View Icon. Dann räume ich die Menüzeile noch ein bisschen auf. Da sind irgendwie Leerräume drin, die ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Wo ich irgendwie keinen großen Sinn drin sehe. Egal, was für einen Monitor ich habe. Ich will diese Leerräume nicht haben. Pocket, dieser Dienst, dass man da Lesezeichen abspeichern kann. Und sowas will ich auch nicht haben. Das hat auch den Hintergrund, dass ich nicht aus Versehen Aktionen auslösen möchte, falls ich mich irgendwie verklicke. Und Pocket ist so ein Kandidat dafür. Ich brauche ihn nicht. Also sicherheitshalber kommt er auch weg. Dann die Scrollleiste, die es am Rand gibt. Die wird standardmäßig jetzt ausgeblendet. Und sie ist auch irgendwie so dünn geworden. Also ich weiß nicht warum. Also die Monitore sind doch breit genug geworden. Von daher gibt es da überhaupt keinen Grund. Und mit der Maus, naja gut, kriegt man auch noch irgendwie gegriffen. Aber es macht es irgendwie unhandlich. Ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin. Muss irgendwas mit die Zeilen zu tun haben, wenn ich keinen Sinn drin sehe. Okay, gucken wir uns das nochmal in Live und in Farbe an. Also ich habe jetzt hier oben dieses Pocket View. Einfach rechts Mausklick drauf machen und aus Symbolleiste entfernen. Bin ich den schon mal los. Dann die Menüzeile aufräumen. Wiederum rechts Klick und Symbolleiste anpassen. Und dann kann ich hier drauf gehen. Links Klick drauf und einfach nach unten ziehen. Dann ist dieser flexible Raum einfach mal weg. Genauso mache ich das mit dem hier. Und Pocket schmeiße ich auch da unten hin. So, dann bin ich da schon mal los und sage hier fertig. Und dann habe ich hier eine entrümpelte Menüzeile. Das nächste mit der Scrollleiste, die hier so eher, ja so dünn ist und hier zwar nicht komplett ausgeblendet wird, sondern wenn ich drüber gehe, wird die dicker. Also was soll das? Wenn ich jetzt die Scrollleiste auch noch anpassen möchte, kriege ich das nicht hier über irgendwelche Einstellungsdialoge, sondern brauche dafür about config. Ja, brauche darüber about config. Darüber kriege ich sehr viele Konfigurationsvariablen, die über die Oberfläche nicht abgebildet sind. Und die kann ich ändern. Da kann ich natürlich auch was kaputt machen. Von daher seid da so ein bisschen vorsichtiger, wenn ihr damit rumexperimentiert. Aber ich möchte das Risiko akzeptieren und fortfahren. Dann nehme ich mir aus meiner Folie diesen Schlüsselwert mit der Einstellung. Das ist dieses hier. Darüber kann ich die Breite von der Scrollleiste einstellen und von 0, diesem Standardwert, also 0 ist es ja nicht wirklich, also hat ein paar Pixel in der Breite, möchte ich mal auf 20 hochgehen. Könnt ihr natürlich auch was anderes nehmen. Und dann gibt es hier noch das zweite, was ich jetzt auch kopiere und einfüge. Damit könnt ihr dafür sorgen, dass die Scrollleiste immer sichtbar ist. So, gut. Und wenn ich jetzt nochmal hier gehe auf diese Einstellungen, da habe ich jetzt hier die angepasste Scrollleiste. Die bleibt immer hier 20 Pixel dick, verschwindet auch nicht. Hier unter Linux Mint wird sie dann mal grün. Und genau, also sie geht nicht verloren und sie ist halt deutlich einfacher zu greifen. Ja, der nächste Punkt, das ist einmal Werbung loswerden und Sicherheit erhöhen. Werbung ist nicht bloß irgendwie lästig. Gerade die Werbebranche, die übertreibt es. Also die übertreibt es eigentlich seit den letzten 20 Jahren mit irgendwelchen nervigen Pop-Ups und was weiß ich alles. Also viele Webseiten kann man überhaupt nicht mehr lesen. Von daher installiere ich standardmäßig auch uBlock Origin. Das ist so ein Werbeblocker, der sorgt dafür, dass Werbung nicht mehr angezeigt wird und dass auf dringlicher anderer Krempel auch weggefiltert wird. Das klappt sehr gut. Dann ein weiterer Punkt, was ich bei Firefox eigentlich, ja, irgendwie eine blöde Idee finde. Also Suchzeile und URL-Zeile sind zusammengefasst. Also in die Adressleiste kann ich irgendwas eingeben. Und wenn Firefox jetzt meint, das ist kein gültiger Hostname, keine Webadresse, die gültig ist, dann macht es da eine Anfrage zu der Standard-Suchmaschine. Halte ich für ein Sicherheitsrisiko, wenn ich jetzt zufälligerweise interne Hostnamen hier habe, da läuft ein Web-Server drauf, auf den ich zugreifen möchte, da ist vielleicht ein Proxmox oder sowas und ich verschreibe mich bei der URL und Firefox erkennt das denn als irgendwie Fehler und leitet denn den, ja, diese Anfrage als Suchanfrage an Google oder Co. einfach weiter, dann weiß Google und vielleicht sogar die ganze Welt, wie ich intern meine Rechner benenne. Oder wenn ich fehlerhafterweise irgendwas da reinkopiere, habe das noch in der Zwischenablage, meine ist was anderes drin und drücke dann auf Aufrufen, auf, ich weiß gar nicht, ist das Ding überhaupt ein Namen? Also packe das da rein und meine eigentlich, ich habe da eine URL drin, aber es ist was anderes in der Zwischenablage, sehe das nicht rechtzeitig, dann landet es halt bei einer Suchmaschine. Von daher als zusätzlichen Sicherheitsgewinn möchte ich das eben aufteilen. Ja und hier deaktiviere ich Pocket dann auch nochmal, dass es auch komplett weg ist, nicht bloß, dass das Icon weg ist, sondern dass es auch aus Untermenüs rauskommt. Machen wir das jetzt auch wieder Schritt für Schritt, also als erstes hole ich mir einen Werbeblocker, den finde ich hier in der Add-ons and Themes und da gehe ich hier auf Erweiterungen und gebe uBlock ein und dann bekomme ich hier die Liste mit den verschiedenen und dann nehme ich uBlock Origin empfohlen. Sehr, sehr viele Benutzer verwenden das auch, also von daher, das ist wirklich was, was ordentlich ist. Dann zu Firefox hinzufügen und nochmal hinzufügen und dann kann ich hier auch noch sagen, dass ich das uBlock Origin auch in privaten Fenstern verwenden möchte. Den Sicherheitsgewinn dabei halte ich einfach für deutlich größer, als dass ich jetzt Angst habe, dass die mir da irgendwelche Inhalte ändern und irgendwelche Sachen unterschieden, die für mich irgendwie schädlich sind. Also von daher möchte ich es auch gerne in privaten Fenstern erlauben. Dann habe ich schon mal einen großen Schritt gemacht in Sachen Sicherheit. Dann Einstellungen. Da möchte ich bei der Adressleiste das Ganze aufteilen, dass ich jetzt eine geteilte Adress- und Suchzeile oder so ein Suchfeld habe. Das Blöde daran ist, dass man aber weiterhin über dieses Ding hier standardmäßig suchen kann. Das will ich auch noch loswerden, denn das ist ja eigentlich gerade der Vorteil, dass ich das aufteile, dass ich diesen Sicherheitsgewinn habe, dass ich eine aktive Entscheidung treffe, ob ich eine Adresse eingebe oder einen Suchbegriff. Aber das haben Sie hier auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht versteht man heutzutage nicht mehr den Unterschied zwischen einer Websuche und einer Adresse. Mag natürlich sein. Daher muss ich das Ganze auch noch mal etwas anpassen, wieder über About Config. Da nehme ich einmal hier die Adressleiste anpassen, mit dem, dass ich dort nicht mehr drin suchen kann. Dann mache ich hier Keyword Enabled, das stelle ich auf False. Und Pocket, das möchte ich auch gerne noch loswerden. Da setze ich das auch noch auf False. Wie schon mal Pocket los. und dass ich hier drüber wirklich nicht mehr suchen kann. Wenn ich jetzt sowas mache, Test.localhost, eine Maschine, die es nicht gibt in meinem lokalen Netzwerk, die, ja, also der Fehler wird erkannt, aha, kann nicht erreicht werden, aber er versucht auch nicht, eine Websuche damit aufzumachen. Wenn ich jetzt der Test.localhost mal in das Suchfeld reinschmeiße, dann wird eine Suche gemacht. Also es ist wirklich eine strikte Trennung zwischen den beiden. Und wenn ich hier einen Rechtsklick hinmache, dann habe ich hier auch nicht mehr Pocket drin. Das habe ich vorher immer drin gehabt. Und durch dieses Deaktivieren über About Config ist es auch weg. Ja, dann habe ich vielleicht noch mal eine Frage an euch. Vielleicht wisst ihr es, denn ich habe noch eine Sache, die mich auch irgendwie ärgert und die mich manchmal zu Dingen geführt hat, die ich überhaupt nicht wollte. Also wenn ich irgendwas hier markiere, Rechtsmausklick drauf mache, dann habe ich dieses Search, irgendwie DuckDuckGo, Google, was auch immer ihr benutzt, vor und dann, was ich markiert habe. Habt ihr irgendeine Methode gefunden, wie man jetzt das hier los wird? Denn wenn ich ja Auswahlquelltext anzeigen eigentlich möchte und dann blöderweise mit der Maus abrutsche, dann habe ich wieder diesen Informationsabfluss irgendwo hin, wo ich ihn eigentlich nicht haben möchte. Also von daher würde ich das auch gerne noch deaktivieren, wenn es geht. Wenn ihr irgendwie einen Hinweis habt, schreibt das gerne in den Kommentar. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, ihr habt was dabei gelernt. Ich habe auch irgendwie was dabei gelernt beim Recherchieren. Einige von diesen Einstellungen kannte ich vorher auch nicht. Die habe ich extra mir zusammengesucht, weil ich das eigentlich schon immer mal irgendwie editieren wollte, anpassen wollte. Und ja, ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Abonnieren, Glocke drücken, Daumen hoch, was auch immer man so macht. Und bis dann. Und tschüss. Die